Das Studio am Freistein hier bei den Rot-Weißen. Ja, wir haben mal die Farbe und die Sportart gewechselt und sind zum Fußball gekommen. Freddy Fischer hier vor dem Mikrofon und er hat uns auch eingeladen. Das Perspektiv-Team Rot-Weiß Essen 3. Erzähl mal kurz was darüber. Ja, also Stiftungsprojekte. Wir haben als neue Säule in unserer Stiftungsarbeit Sportprojekte, die wir fördern. Zum Beispiel haben wir gemerkt, das erste Projekt, was wir gemacht haben, ist der Soziale Boxclub im Don Bosco-Zentrum in Essen-Borbeck. Und da haben wir ganz einfach gemerkt, dass du durch Sport wirklich bei Jugendlichen was verändern kannst. Da geht es um Teamgeist, Durchsetzungswillen, Zusammenhalt, Perspektiven im Leben finden und so weiter und so weiter. Und durch diese positive Sache, die wir da gemerkt haben, hat es dann ein Gespräch gegeben hier mit Rot-Weiß, Michael Welling in der 2-Bar, wo uns die Professor Eggers Stiftung dann diese Idee vorgestellt hat von diesem Team, was schon seit mehreren Jahren umgesetzt werden sollte. Dann haben wir bei diesem Kaffeetrinken morgens in der 2-Bar gesagt, alles klar, das machen wir direkt. Weil wir sehen hier mit diesem Team genau die gleiche Chance wie mit dem Sozialen Boxclub im Don Bosco-Zentrum, dass du Zusammenhalt zwischen Jugendlichen, Teamgeist, Durchsetzungswillen und so weiter nach vorne schieben kannst und so den Lebenslauf von diesen Jugendlichen positiv nach vorne schieben kannst. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Jetzt ist es von der Idee bis zur Verwirklichung gar nicht mal so weit weg. Also wenn man den Stellenwert hat, den ihr habt und die Möglichkeit habt, dann habt ihr ganz schnell so ein Team auf die Beine gestellt. Das ist jetzt passiert. Wie soll es mit dem Team weitergehen? Was habt ihr mit den Jungs vor? Also wir haben ja zuerst mal, das Team stand sehr schnell, das kam nachher so ein bisschen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Die sind schon seit einem halben Jahr am Trainieren, weil wir waren uns nicht sicher, halten die durch. Natürlich klappt das überhaupt. Wir haben bewusst ein halbes Jahr nicht darüber geredet und haben zuerst mal geguckt, was passiert hier am Trainingsplatz. Und da ist halt aber mehr als 100% bestätigt worden, dass das eine super Sache ist. So, jetzt ist die Mannschaft gebildet. Wenn eine neue Mannschaft gebildet wird, die wird also jetzt im Liga-Betrieb operated von der Rot-Weiß-Geschäftsstelle. Das heißt, eine neue Mannschaft startet immer in der Kreisliga C. So, da starten die Jungs jetzt. Ab der nächsten Saison spielen die Kreisliga, spielen in der Tabelle und wollen natürlich auch aufsteigen. Und das sind jetzt so die Ziele. Erste Saison geht es zuerst mal gucken. Liga-Betrieb läuft ab August-September, wann die neue Saison anfängt. Und dann sehen wir mal, was mit dem Team so im sportlichen, fairen Wettbewerb passiert. Es sind, also du sprichst schon von deinen Jungs. Das sind, du stehst voll und ganz hinter der Situation. Ein Mann wie Freddy Fischer, die Freddy-Fischer-Stiftung, ein Mann, der mit Automaten sein Geld verdient. Wie bist du überhaupt dazu gekommen oder wo ist so der Antrieb gewesen, dass du gesagt hast, okay, die Automaten habe ich, jetzt mache ich eine Stiftung. Ja, der Antrieb kam, also Unterstützung von Sozialprojekten mache ich im Kern schon ein Leben lang. Aber der richtige Antrieb kam, wir unterstützen einen Freund von mir, den ich lange Zeit unterstützt habe, dem ich aber nur immer Geld gegeben habe. Mir aber nie Projekte in der Stadt angeguckt habe oder Brennpunktlagen in der Stadt angeguckt habe. Da war ich da mal mit, 2006 oder 2007. Und dann ist mir zuerst mal bewusst geworden, dass es zwei getrennte gesellschaftliche Strukturen in Essen gibt. Probe, Grenze, Hauptbahnhof. Und dass es verdammt viele Menschen in unserer Stadt gibt, beziehungsweise in jeder Stadt in Deutschland, die auf der Verliererseite sind. So, und da ist uns bewusst geworden, also meiner Frau Stefanie und mir, zuerst mal wie viel Glück wir haben. Wir sind gesund, wir haben gesunde Kinder. Wir haben mit nichts angefangen im Leben. Wir haben durch unsere Firma, die wir gegründet haben, genau, Automatenausstellung in der Gastronomie, haben wir Geld verdient. Und, ja, sind so ein bisschen, ja, uns geht es ganz gut. Und von dem wollten wir ganz einfach was zurückgeben. Und dieser Punkt war auch damals, das war im Winter, da war ich in dieser Jugendeinrichtung drin. Draußen war es am Schneiden. Das ist so ein Fläschleit, den habe ich jetzt noch im Kopf. Da liefen zwei Jugendliche rum, die hatten ganz einfach in ihren Schuhen so Löcher drin, mitten im Winter. Und die habe ich mir durchdrehen ins Auto gepackt, ein paar neue Schuhe gekauft und haben gesagt, wir machen was dagegen. Und so ist die Intention entstanden, Stiftungszug. Und dann denke ich immer, wenn ich was mache, dann will ich nicht einfach was sporadisch machen und im nächsten Jahr nichts mehr, sondern das ist eben Stiftungsarbeit. So ein Projekt wie bei Don Bosco, was wir im Augenblick, oder Freien Schulen in Kallenberg, das kannst du erst richtig beurteilen, wenn du drei bis vier Jahre unterwegs bist. Und dann, dieser Langfristgedanke ist da drin und dann kam die Stiftung. Freddy Fischer, ein Mann, der alles anpackt und auch Rot-Weiß-Essen 3 ins Leben gerufen hat. Wir bedanken uns recht herzlich für deine offenen Fragen. Danke, Jürgen. Danke. Danke.